Was haben wir denn da für eine Nachricht schon wiederbekommen? Was ist mit Risa geschehen? Wo ist der? Keiner weiß, wo er ist. Nicht einmal Martin oder Martin. Ich kann ihn nicht finden und das Ei sucht nach ihm. Ich muss ihm irgendwie helfen. Ich muss ihn finden. Und wir brauchen wahrscheinlich etwas Anti-Ei. Also die App brauchen wir. Diese Anti-Spionage-App. Ich sollte dieses Chaos aufräumen. Irgendwann. Irgendwann. Tja, dass der Vater nicht erreichbar ist, ist klar. Der sitzt... Oh, warte mal. Das Klo können wir benutzen? Okay, ich glaube, das heißt nein. Zoe, hier ist eine Nachricht. Okay. Hey, Zoe. Das ist etwas ungünstig. Wonkas, ich habe keine Zeit, um... Aber erinnere dich an die Zeit, als wir mit einem Vectrex nach Europolis hüpften. Ohne es irgendjemandem zu erzählen. Und du hattest total Schiss. Was? Ich musste dich zu diesem heruntergekommenen Hotel unten an der Yarl Street bringen. Und du hast dich die halbe Nacht hin und her geschmissen. Am nächsten Morgen hast du mir diesen antiken Leuchter gekauft. Erinnerst du dich? Zoe, hier ist Risa. Ich habe Wonkas ein bisschen modifiziert, um ihn eine Nachricht abspielen zu lassen. Im Falle, dass mir etwas passiert. Ich will nicht, dass du dir Sorgen machst. Es ist lediglich so, dass ich mich bei ihm seit 24 Stunden nicht gemeldet habe. Ich bin wahrscheinlich in Ordnung. Im Fall, dass etwas geschehen ist, brauche ich dich jedoch, um mir einen Gefallen zu tun. Ich habe eine ständig aktualisierte Kopie meines Notebooks in meinem Apartment. Es beinhaltet die ganze Story, an der ich zurzeit arbeite. Ich übertrage meine Nachforschungsergebnisse und Notizen zweimal täglich. Ich möchte, dass du das Notebook holst und es an einen sicheren Ort bringst. Falls ich in Schwierigkeiten bin, soll mein Redakteur die Informationen bekommen. Du wirst es entschlüsseln müssen. Also musst du zuerst mit Du-weißt-schon-wer sprechen. Sie kann das lösen, da bin ich sicher. Um das Notebook zu finden, ich bewahre es an einem sicheren Ort auf, gehe zu meinem Apartment und erzähle Lucia, was ich dir an dem Tag sagte, als du nach Kapstadt gereist bist. Sie wird das Notebook für dich finden. Ich werde hier sein, wenn du zurückkommst. Oh Mann, Reza, bitte sei okay. Wie ich zuvor sagte, ich bin wahrscheinlich in Ordnung. Vielleicht habe ich nur vergessen, mich zu melden. Vielleicht hat Wonkas nur eine Fehlfunktion. Oder vielleicht, vielleicht musste ich nur schnell weg. Ja, ja. Aber nimm das Notebook für alle Fälle. Du bist die einzige Person, Zoe, der ich vertrauen kann. Bewahre es an einem sicheren Ort auf. Ich sehe dich später, okay? Das wird interessant. Hi. Hallo, Zoe. War das die einzige Nachricht von Reza an mich? Welche Nachricht, Zoe? Die Nachricht, die du zuvor abgespielt hast. Die von Reza. Erinnerst du dich nicht? Nein, ich erinnere mich an keine Nachricht. Seltsam. Du bist sicher, dass du dich an keine Nachricht erinnerst, die du mir vorgespielt hast? Die über Rezas Notebook? Nein, Zoe, ich erinnere mich an keine Nachricht. Tut mir leid. Oder so knuffig. Sehr seltsam. Du bist sicher, dass du... Nein. Sehr seltsam. Tut mir leid, wenn ich zuletzt keine Zeit hatte, mit dir zu spielen. Ich hatte so viel zu tun. Ist schon gut. Ich kann warten, bis du wieder weniger beschäftigt bist. Ich möchte dich wieder zu Hause haben. Ich habe dich sehr vermisst, als du weg warst. Du meinst, als ich in Kapstadt war? Da hast du mich vermisst? Jeden Tag. Ich hatte mir angewöhnt, immer am Fenster zu sitzen, um Tag und Nacht nach dir Ausschau zu halten. Du brichst mir das Herz, Wonkers. Wir müssen eine Freundin für dich finden. Aber du bist meine Freundin, Zoe. Du bist die einzige Freundin, die ich brauche. Für heute steht nichts auf meinem Terminplan, oder? Nur die Sporthalle. Nichts anderes. Dort werde ich heute nicht hingehen. Ich habe schon zu viele Dinge vor. Okay. Wir reden später noch Wonkers. Okay, Zoe. Ich werde hier sein. Ich habe meinen Rucksack nicht mehr verwendet, seit ich mit Reza in Norwegen war. Okay, wir müssen mit wer weiß schon wen reden, oder? Was ist mit dem Handy? Oh, warte mal auf. Eine Aktualisierung. Hallo Zoe. Ich hoffe, dass dir das Soaree gestern Abend gelungen ist. Hier ist alles okay. Mein Zimmer im Mumbai Sentinel hat eine fantastische Aussicht über den Fluss. Der Sonnenuntergang gestern Abend war sensationell. Ich werde dich bald wieder anrufen. Pass auf dich auf, Dad. Okay. Ja, siehste. Ich bin mal gespannt, ob unsere Freunde mitgekriegt haben, dass wir gar nicht da waren. Gott sei Dank bist du hier, Liv. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Reza ist verschwunden und das Ei sucht nach ihm. Langsam, Süße. Beruhige dich. Wo warst du? Ich bin gestern Abend noch bei dir gewesen, aber du warst nicht da. Niemand wusste, wo du steckst und dein Handy war nicht am Netz. Vollständig. Das war, weil ich war eingesperrt. Was? Da lag eine tote Frau in Rezas Apartment und dann räumten Leute vom Ei alles aus, während ich dort war. Sie haben auf mich geschossen. Ich weiß nicht, was ihm zugestoßen ist oder wo er ist. Sie haben mir alle möglichen Fragen über ihn gestellt. Ich fürchte, er steckt in ziemlichen Schwierigkeiten, Liv. Beruhige dich, Liebes. Ich bin sicher, es geht ihm gut. Hol tief Luft und erzähl mir alles von vorn. Okay. Ich traf Reza gestern am Café und er bat mich, für ihn ein Paket abzuholen. Und als ich aufwachte, war ich in diesem seltsamen Raum im Syndikatsgebäude. Allein. Ich habe dort die halbe Nacht verbracht. Immer und immer wieder dieselben Fragen über Reza, Jeeva und das Paket. Sie ließen mich bis zum frühen Morgen nicht gehen. Wow, Zoe, das klingt wirklich gruselig. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das für dich war. Du musst die schlimmste Nacht aller Zeiten gehabt haben. Weißt du, was in diesem Paket war? Ich habe es nicht geöffnet, aber sie sagten mir, dass es einen Data Cube mit sensiblen Informationen enthielt. Es muss ziemlich wichtig für Ai gewesen sein, in Rezas Apartment einzudringen. Ich frage mich, was sie dort vermuteten. Das klingt alles ziemlich ernst, Zoe. Was immer das auch war, ich glaube nicht, dass Reza irgendwas mit der toten Frau zu tun hat. Er tut keiner Fliege etwas zu leide. Eben. Es muss sich um die Story drehen, an der er gearbeitet hat. Vielleicht hat er irgendwas Schlimmes herausgefunden und nun bin ich auch darin verwickelt. Du bist doch okay, Schatz. Sie haben dich wieder gehen lassen. Hey, wie war doch gleich der Name dieser Firma? Ich werde mal ein paar alte Kontakte aktivieren und etwas graben. Mal sehen, was da dran ist. Jeeva. Und der Name der Frau war Helena Zhang. Zhang? Ich werde mal meine Fühler ins alte Netzwerk ausstrecken. Mal sehen, was ich ausgraben kann. Ob das irgendjemandem bekannt vorkommt. Wir werden das herausbekommen, Zoe. Und Reza wird schon in Ordnung sein. Er war schon öfter in Schwierigkeiten. Er weiß, wie man mit diesen Syndikatsblöden Männern umgeht. Darüber weiß ich nichts. Seine Nachricht habe ich über Wonkas erhalten. Sie wurde automatisch ausgelöst, da Reza sich 24 Stunden lang nicht bei Wonkas eingeloggt hatte. Interessant, dass der sich eingeloggt hat. Und wenn er in seiner Wohnung sein Notebook finden könnte. Es könnte mir einen Hinweis geben, was ihm zugestoßen ist. Bist du sicher, dass du dorthin zurück willst, Süße? Lass dich nicht mit dem Ei ein. Diese Kampfanzüge sind keine Halloween-Kostüme. Übrigens, seine Wohnung wird inzwischen versiegelt sein. Reza steckt in Schwierigkeiten und der braucht mich. Irgendwie musst du mir doch helfen können. Wenn du wirklich sicher bist, ja. Ja, ich kann dich durch die Eifersiegelung bringen, aber wir müssen dazu dein Handy upgraden. Und wenn ich nochmal eingesperrt werde? Ich habe keine Lust, wegen des Besitzes illegaler Software und noch anderer Vergehen angeklagt zu werden. Keine Sorge. Ich werde den Heck maskieren. Wenn jemand dein Handy checkt, wird er nur ein paar Avatar-Masken finden. Was möchtest du haben? Flauschige Bunny-Häschen oder knuddelige Koala-Bären? Koala. Okay, aber lass mich dir erst sagen, wie dieser Heck funktioniert. Die Firewalls benutzen diese Symbole, die schwer automatisch zu entschlüsseln sind. Frag mich nicht warum. Es ist ein Geheimnis. Achso, okay. Alles, was du tun musst, ist die Symbole unten auf dem Screen mit den exakt gleichen Symbolen in der Matrix übereinzubringen. Achso. Eins nach dem anderen. Mach das mit allen und der Codebreaker erledigt den Rest. Aber es gibt ein Zeitlimit. Wenn du zu lange verbunden bist, unterbricht der Codebreaker die Verbindung. Auf diese Weise vermeidest du, einen Alarm auszulösen. Du kannst dich nach ein paar Sekunden wieder neu verbinden. Fast wie ein Spiel. Süße, das hier ist definitiv kein Spiel. Es sind echte Menschen, die das Netz sichern. Und die meisten davon sind kein bisschen freundlich. Das musst du mir nicht sagen. Ich hab's auf die harte Weise selbst erlernt. Okay, ich werde jetzt dein Handy updaten. Oh, und ich gebe dir diesen Software-Tarnmantel, von dem wir gestern sprachen. Du wirst für jeden unsichtbar sein. Sogar für mich. Großartig. Das könnte nochmal nützlich sein. Piep. Fertig. Du könntest jetzt loslegen, aber Zoe, versprich mir vorsichtig zu sein, okay? Und ruf mich an, wenn du irgendetwas brauchst. Oder wenn du in Schwierigkeiten gerätst. Keine Sorge. Ich ruf dich definitiv an, wenn ich Hilfe brauche. Danke, Olivia. Du bist die Beste. Süße. Ich schick dich mitten ins Eiteritorium mit einem illegal modifizierten Handy. Ich bin entweder deine beste Freundin oder dein schlimmster Feind. Ja. Eindeutig. Steht denn da auf dem Monitor? Olivia's Workstation. Ach, eine Workstation ist das. Okay. Gut. Haben wir jetzt hier irgendwie was Besonderes? Ne. Achso. Was haben wir denn jetzt eigentlich für ein Symbol bekommen? Halt. So. Irgendwas mit... Ich sehe keine Koalas. Na gut. Also gibt's keine Koalas. Äh. Dann lasst uns mal noch da hinlaufen. Hups. Ich mag diese Nachbarschaft mehr als den Rest von Casablanca. Es ist sauberer hier und leiser. Und die Leute sind weniger gestresst. Oh, das ist die Stimme von Nasty. Halt. Da müssen wir hin. Dann können wir nicht in die Nachbarwohnung gehen. und dann von hinten reinklettern. Ah nee, wir müssen das hier hacken. Die Leute vom Ei haben eine Klammer an Risas Tür befestigt. Sie machen keinen Spaß. Dabei geht die Tür nach innen auf. Ah nee, die ging nach außen auf. Achso. Wir müssen jetzt das... Äh, ich hab das... Okay, es hat nicht geklappt. Warte mal. Ah. 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 Äh. Äh. Ähm. Wo, wo, wo ist das? Wo ist das im Boulder? Da unten. Ähm. Ach so. Gar nicht so schlecht für den ersten Versuch. Das ist sowas von gehackt hier. Die hab hier alles kaputt gemacht. Zoe. Oh oh. Zoe, Zoe, Zoe. Nein. Oh oh. Shit, sie haben eine Wächterspinne in Risas Wono zurückgelassen. Ich werde eine Möglichkeit finden müssen, sie unbrauchbar zu machen, damit ich an Risas safe komme. Außerdem hat die Spinne Lucia gebraten. Hoffentlich kann ich Risas Vatilla wieder reparieren. Ich glaube, ich müsste euch schleichen, ja. Oh. 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 Ich bin über Glasscherm gelaufen. Okay. Lucia ist komplett zerlegt. Für den Moment bin ich etwas besorgt. Ich kann die Drohne von hinten. Ich kann dir was überstülpen, oder? Da die Decke zum Beispiel. Oder das Kissen. Theoretisch könnte ich ja von hier probieren. Sie trägt eine Art Logo. Ein goldener Löwenkopf. Oder aber Wasser über sie auskippen, weil sie nicht wasserfest ist. Ich bin kein bisschen müde. Du sollst doch nicht schlafen. Ich hab viele Nächte in diesem Bett verbracht. Es ist sehr komfortabel. Und federt ziemlich. Mhm. Schön. Die Badezimmertür. Dieses Bedienungsfeld kontrolliert hier alles. Von der Wassertemperatur bis zum Audiosystem. Ich hab ihn nicht versteckt. Dieses Bedienungsfeld kontrolliert hier alles. Von der Wassertemperatur bis zum Audiosystem. Da, da, da. Oh nein. Warum nicht? Ich matte uns Klo auf. Wir lassen es einfach mal laufen, ne? So. Ich bin kein bisschen müde. Immer noch nicht. Reza mag es, wenn es hier drin dunkel ist. Wie ich Reza kenne, dürfte nur übrig gebliebene Pizza und Bier im Kühlschrank sein. Da ist nichts. Reza würde nichts von seiner Arbeit auf dieser Konsole haben. Lugia ist komplett zerlegt. Vielleicht kann ja unsere beste Freundin die reparieren. Oh. Wir haben jetzt einfach nur Teile geklaut. Äh, guter Job, Zoe. Ähm, du bist doch der beste Weg, eine Geheimagente zu werden. Okay, jetzt muss ich eine Möglichkeit finden, Lugia zu bestechen, damit sie den Safe für mich öffnen kann. Die Batterie von Lugia und ihr Prozesse-Einheit sind von der Spin- und Teile gebraten worden. Ich muss Ersatz für beides finden. Ich ahne, wo wir den Ersatz finden. Da müssen wir zu unserer besten Freundin. Machen wir mal. Das wird so ein Backtracking-Ding werden, oder? Ich meine, solange es recht linear ist, ist es ja auch okay. Bum, 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 bum. Wer bist du denn? Wenn du einen Haufen Geld machen willst, gibt es keinen besseren Ort als Casablanca. Okay, danke für den Input. Ähm. Du, 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 du. Hey, Liv, ich brauche ein wenig Hilfe. Klar, was denn? Ja, das wäre ganz gut, aber ich glaube, die gibt es nicht. Na toll. Es sollte jetzt eigentlich funktionieren, aber ich fürchte, ich habe kein Prozessorkristall auf Lager. Wenn du das jetzt nicht reparieren kannst, was ist dann mit Lugias Erinnerung? Die Daten werden ständig in einem zweiten Kristall als Backup gesichert. Dazu kannst du jedes beliebige Vortilla-Hirn benutzen. Was ist mit den Vortillas, die du hier verkaufst? Haben sie keine Hirne? Es sind nur Hüllen, Generalüberholte. Ich warte auf eine Bestellung der Vorti-Korb, aber sie wird nicht vor nächster Woche hier sein. Tut mir leid. Okay, dann muss ich mir selbst eine Lösung ausdenken. Vielen Dank, Liev. Ich weiß schon. Wir holen unser Hirn. So viele gibt es ja hier nicht, ne? Ah, okay. Wir können also auch Sequenzen überspringen. Gut. Hey Wonkas, ich möchte, dass du dich für mich einmal abschaltest. Warum? Weil ich möchte, dass du für eine Weile schläfst. Ist recht, Zoe. Versprich mir, dass du mich später wieder aufwächst. Ich verspreche es. Nächtchen Nacht. Sorry, ich baue dich wieder zusammen, wenn dies alles vorüber ist. Ich muss nur noch den Hals ein bisschen drehen. Da. Autsch! Da ist er. Der Prozessor-Kristall. Okay, er schläft. Er schläft doch, oder? Bitte lass ihn schlafen. Der ist viel zu knuffig, auf das ist nicht, ne? Also ich befürchte, es wird hier keine Schnellreise geben. Wir werden uns hier zwischen den einzelnen Karten hin und her bewegen. Solange wir hier nicht fünf Kilometer Wege laufen müssen, oder eben halt unendlich viele unterschiedliche Instanzen sind, Gebiete und hin und her Wechselagen und so weiter, sollte das kein Problem sein. Aber allzu lange wird heute nicht, denn ich muss morgen fahren. Wochenende ist nämlich Familiengeburtstag. Und das heißt, woher früh geht es schon wieder ganz doll raus. Ich komme auch erst am Sonntag wieder. Das heißt, morgen Abend könnt ihr euch dann mal von mir holen. Weil ich bin nicht zu Hause. Wegen des Familiengeburtstags. Ich bin nicht zu Hause. Ich hoffe, dass du mir mein Gedächtnis wegnahmst. Jetzt bist du wieder okay, Lucia. Bin ich? Oh, das ist gut. Wo ist Reza? Ich bin sicher, er wird bald zurück sein. Gut. Ich vermisse Reza. Lucia? Ja, Zoe? Bitte, bitte lass diese Arbeit. Ich werde hier sein, wenn du zurückkommst. Das ist das Kennwort, Zoe. Ich denke, du hast eine Nachricht erhalten. Sorge dich nicht. Reza ist wahrscheinlich okay. Aber du müsstest ihm einen Gefallen tun. Er verwahrt ein Notebook in seinem Safe. Es enthält Informationen über die Storys, an denen er zurzeit arbeitet. Es ist verschlüsselt. Aber Olivia sollte imstande sein, es zu entschlüsseln. Bitte sie, es bei sich zu behalten und lass es nicht in falsche Hände geraten. Wenn ihm etwas zustößt, dann ist es wahrscheinlich wegen des Notebooks. Stelle in diesem Fall sicher, dass die Wahrheit veröffentlicht wird. Folge mir, Zoe. Ich werde den Safe für dich öffnen. Ich will auch so einen Roboter haben. Wo ist er? Oh, ein doppelter Boden. Ähm, ich will... Ah, jetzt, da. Ich kann das Notepad sehen. Rezas Notebook. Versiegelt und verschlüsselt. Natürlich. Olivia weiß sicher, wie man das öffnet. Hey, hey, was tun Sie hier? Wer sind Sie? Tun Sie das nicht? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Was will sie mit dem Deutsche Sprich? Hä? Was, was ist passiert? Wer war das? Ich hab keine Ahnung. Ich nehm aber das Ding hier. Jetzt ist es meins. Rezas Notebook. Natürlich verschlüsselt. Was soll denn das? Die kommen rein, drücken mir die Luft ab und dann holen die wieder ab? Hä? Warum? Okay, warum, das werden wir dann beim nächsten Mal erfahren. Wir spielen es weiter. Es ist ein sehr schöner Anfang. Es ist ein bisschen schwierig mit der Steuerung. Aber ich glaube, das ist geschuldet an der damaligen Zeit. 3D hat so Einzug gehalten. Viele haben sich dann noch überlegt, wie man das vernünftig steuer- und spielbar machen kann. Viele sind gescheitert. Andere wiederum haben es nicht probiert. Naja, ist ja auch nicht so schlimm. Ich denke mal, wir kommen ganz gut damit klar. Ja, das kann sein, dass es Roboter waren. Möglicherweise. Ich weiß es nicht. Sie haben auf jeden Fall wie Agents Smith bei Matrix irgendeine Information übers Ohr bekommen und sind dann wieder abgehauen. Vielleicht sind sie abgerufen worden. So von wegen, ah, wir haben den Riso gesehen. Kommt mal ganz schnell. Keine Ahnung. Möglicherweise. Insofern, lassen wir uns überraschen. Wie schon gerade in Palawad und erzählt, ich bin morgen Abend nicht da. Das heißt, wo immer ihr auch Lust dazu habt. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Sonntag dann zur gewohnten sonntäglichen Runde. Dann machen wir dann weiter mit Outlast, mit dem DLC. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Schlaf gut, teut was Schönes und bis demnächst. Euer Firefox.